Ich begrüße euch zu einer besonderen Session von Among Us, denn diesmal nehme ich eine längere allein auf. Das wollte ich schon vor Monaten mal machen, allerdings ging da der Freechat noch nicht und jetzt wo er funktioniert, ist das natürlich eine ganz andere Dimension. Den Anfang macht Polus, ich werde jede Map mindestens eine halbe Stunde lang spielen. Boah, die Robo-Dudes hier. Ja, also zuerst Polus, dann Skelt, dann Mira und zum Schluss R-Chip. Und ja, ich gebe zu, ich habe jetzt so lange reloaded, bis ich mit einer Imposterrunde anfange. Gut, gucken wir doch mal, was passieren wird heute. Ab sofort nehme ich hier am Stück auf und ich werde ja sehen, wie oft ich gezogen werde als Imposter. Ich brauche einen guten Moment, so wie jetzt zum Beispiel. Nein! Bitte geh nicht dahin, bitte geh nicht dahin, bitte geh nicht dahin. Das gibt es nicht. Ey, wenn ich jetzt sofort rausfliege, ne? Wenn ich jetzt sofort rausfliege, wenn ich... Ach komm schon. Orange. Bitte, bitte sagt Orange, bitte, bitte, bitte. Ey, dieser Roof Normal, der müsste es eigentlich wissen. Scientist. Okay, ich glaube... Ne, ne, ich glaube, der hat nichts mitbekommen. Und die Zeit ist sowieso recht durch. Wie wurde jetzt gesagt Orange, ne? Aber Orange ist mit einem Poster. Scheiße, ich skipp einfach und tu so, als weiß ich von nichts. Ah, geil. Es sind sowieso anonymous votes. Also, ich bin sicher. Ey, das hätte direkt voll in die Hose gehen können. Ja, da eingekillt und kurz darauf kommt hier dieser blaue Typ da, Roof irgendwas um die Ecke und hätte das eigentlich schnallen können, dass ich das war. Boah. War schon nicht ungefährlich. Okay. Uh, Mikasa, hallo. Du bist der Raummensch. Also, du hast diesen Raum hier. Wend, wend, wend. Ja. Ich muss hier weg. Okay, wo komme ich jetzt am besten raus, ohne Aufsehen zu reagieren? Hier. Oh, geil. Stimmt, man kann auch die ganze Zeit einfach drinbleiben. Hier geht's hier ab. What the fuck? Das hab ich mir halt aufgedacht, lieber Bestie. Ey, wir sind hier ein richtig geiles Trio. Wir erledigen den Shit hier, Mann. Lock? Oh, scheiße. Orange wird schon wieder verdächtigt. Orange wird halt schon wieder verdächtigt. Ey, der scheint sich sehr verdächtig zu... Ich muss skippen, oder? Nein, nein, nicht Orange. Nicht Orange. Uuuuh. Achso, Lock war jemand von unserem Mitspieler. Und ich dachte schon, hä, wo war der jetzt bei Lock? Mir ist kein Home bekannt hier, der so heißt. Das war's doch dann, oder? Wir haben gewonnen. Oh. Es sei denn, wir haben einen Bug und... Jemand hat wieder eine Leiche reportet, die gar nicht mehr da ist. Ja, das fängt ja super an. Das ist ja eine richtig geile erste Runde, wo schon wieder eine Menge Shit passiert. The soonest meeting end. Ja, ja, das ist schon klar, weil du einen Bug hast. Das hat sich auch... Is that a hacker? Der is no hacking fucking... Du hast einfach nur einen Bug, Mann. Du hast einfach nur einen Bug, den hatte ich auch schon. Okay, Lock wurde ja vorhin verdächtigt. Und ich hoffe einfach mal, dass jetzt mehr Leute auf ihn draufgehen und ihr so rausfliegt. Puh. Wie geil ist das denn? Solche Runden lobe ich mir. Und sowas will ich heute Abend ganz oft haben. Bitte. Das wäre eine Traumfläche im Gang. Ich finde es ja allein schon lustig, dass meine beiden Impostor-Kollegen beide diesen Roboter haben. Ich würde gerne mit einer Krise eigentlich gewinnen, denn dafür gibt es ein Achievement, das mir noch fehlt. Ja, wir haben erstmal gewonnen, wach? Der Purwucker. Jetzt geht es ab hier mit zehn Leuten. Das wird schwierig. Glaube ich bei drei Impostoren, aber... Gucken wir doch mal. Zumindest, falls ich nicht Impostor werde, wird es schwierig. Dann natürlich... Ja, guck mal an. Jetzt geht's hier. Ich habe hier Navigationszeugzeug zu erledigen. Also ich bin völlig unverdächtig. Warum steht da so viel rum am Anfang, ey? So, ich hoffe mal, hier kommt keiner hin. Shiften wir mal zu Leo. Ja, Leute, der Böse. Böse, 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 Liam ist unterwegs. Nein, ich verwalte mich gleich zurück. Hilfe, 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 Hilfe. Ich muss da stehen, wo mich niemand sieht. Ah, hierher stehe ich gut. So. Ja, ich mag den Namen teilweise schon wieder. In Among Us heißt jemand Among Us und unten steht Crew Poster. Das sind ja ein paar lustige Menschen. Volle Runde. Ja, jetzt hatte ich erst mal zwei Impostorrund hintereinander. Ich bin für den Anfang zufrieden. Ich muss jetzt also nicht unbedingt nochmal. So. Crewmate. Kann ich mich ja trotzdem nützlich machen. Vielleicht sehe ich ja was. Einen Mord live vor mir oder so. Das wäre doch krass. Ach, die Leute haben schon wieder keinen Bock. Alle hier. Wollte nicht Impostor wurden. Schämt euch. Ich bleib jetzt drinnen und genieße die Show trotzdem. Oh, ich habe mich ja schafft. Ich habe mich ja gebläht. Wer ist tot? Ach, Liam, ey. Gerade noch als nicht ausgegeben ist, bist du selber hier tot. Really blue. Was? Wieso denn really blue? Ich bin aber nicht. Der meint doch jetzt mich, oder? Mann, ihr Pisser. Was ist das denn? Ich werde dich jetzt voten einfach nur, weil du wirst. Ich werde dich nicht verletzt. Du Sau. Unfassbar, ey. Ich bin hier im Kreuzfeuer. Gehe ja gar nicht. So'n Arsch, ey. Weißt du, kaum bin ich Crewmate, ja? Schon passiert sowas. Schon werde ich hier rausgevoted. Kann ja nicht wahr sein, ey. Ich muss schon mal mich für meine anderen Crewmates hier aussprechen. Sie müssen mich rächen. Mann. Fuck. Oder Scheiße. Was ist überhaupt jetzt? Ganz schön heiß hier, ey. In der Lava. Oh nein. Okay. Wer war es denn jetzt? So unsicher bei mich voten soll. John, oder? Ich glaube, John, dass er nicht im Poster ist. Deswegen suche ich ihn mal schnell. Wo ist er? Wo ist er? Was ist das denn? Ach so, das ist ja so ein Viech von jemandem, das verloren wurde dann. Ich will John schützen. Wo ist John? Ist gerade John tatsächlich gekillt worden, obwohl ich genau ihn schützen wollte und ich habe ihn halt nicht rechtzeitig gefunden. Oh, das ist ärgerlich. Oh, schade. Ohohohohoho. Puruka, wurde jetzt so unrecht beschuldigt. Weil Crewposter mich imitiert hat. ich mag den server wir sind ganz interessante menschen so, nächstes mal bin ich pink wieder scientists, geil man, der typ doch lehm, ey so ok, alles wieder im lot hier nix mehr hier oben zu tun macht ihr drei alle hier oben viel spaß was, was, was ich hatte gerade auch report also irgendwas ist da gewesen was sind denn dann hier interpals tot cyanis sass donne don, was ist denn donne? ist donne ein Mitspieler? fucking donne, alter mein god level-flog alter spricht deutsch du und so mann l.trollino ist imposter worauf schreibst du okay? er hat literier sein eigenen namen geschrieben mann Warum will denn Demo Beach den Wurden, der von sich selbst gesagt hat, dass das war? Der war vorhin schon so dumm, als er mich raushaben wollte. Ey, Trolli, du bist so nicht... Oh, du bist so eine dumme Sau, ey. Ja. Und die fallen auch noch alle drauf rein, dass das zu sich selbst sagt, ich bin ein Pusler. I was AFK, Junge. Crew-Poster, ey. Ja, schreibt das nochmal, bitte. Ich will jetzt wissen, was Donne heißt. Spanisch wo? Okay. Weil das habe ich jetzt schon so oft gelesen. Jetzt alle auf Dark Green gehen und der sagt die ganze Zeit, I was AFK. Jetzt geht er da durch. Was ist denn hier los? Ach, Mann. He left. Warum sollte man ihn drücken, wenn er doch eh schon weg ist? Das bringt doch gar nichts. Ist dieser Demo-Beach eigentlich der dümmste Among Us-Spieler? Den... 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 Das geht nicht mal den Kopf rein, wie dumm dieser Typ ist. Ihr müsst ihn doch nicht lohnen, wenn er eh schon aus dem Spiel ist. Ich drücke das Demo-Beach, der geht mir so auf die Eier, Alter. Aber jedes einzelne Ding, was er schreibt, ist so viel Grütze. Ich werde irre. Ich werde wirklich irre. Also als Imposter freust du dich ja, wenn die Leute so doof sind. Aber wenn du Crewmate bist und sowas passiert, also... Ja, mach die Tür doch direkt vor mir zu, wenn ich da rein bin. Aaaaaah. Es ist halt echt immer wieder ein Erlebnis, mit Random-Beach zu spielen. Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist jetzt gleich vorbei hier, die Nummer. Ja. Und hey, es war Demo-Beach, okay. Dann hat er... Aber selbst wenn er Imposter war und so eine Scheiße geschrieben hat, das war ja trotzdem sowas von Lichern. Nicht einfach. Mann, start mich, Alter. Wer muss denn starten? Ich glaube, derjenige, der hätte starten müssen, ist gerade zurückgegangen. Das heißt, jetzt geht es ja nicht los. Und Snoopy ist noch dazu gestoßen. Der Snoopy, ey. Crewmate. Wow, es gibt eine Task. Das wird spannend, glaube ich. Wie sich das entwickelt. Uiuiuiui. So. Ah, hört mal hier. Snoopy hat Scan-Tasks. Das kann man doch gar nicht gewinnen, oder? Als Imposter, wenn die Tasks jetzt durchnehmen gehen. Ich glaube, es bleibt Snoopy, weil ich weiß, dass... Hä, warum gehst du nochmal da hin? Achso, dein Scan-Task war doch nicht fertig. Weil ich kann schon sagen. Hahahaha. Was? Ist das dein Ernst? Das hat doch Snoopy safe ge- LOL, die Tasks waren fertig. Mami, scheiße. Warte, was denn? Hä? Ist der Garten noch jemand in den Raum gegangen, obwohl die Runde schon gestartet wurde? Was? Und ich führe jetzt schon wieder zwei Disconnects. Oh, LOL. Gleiches Spiel. Ist zwar schade, dass ich jetzt so eine Imposter-Runde kriege, wo wir nicht viel machen müssen, aber... Hey, das wollte das, oder? Hey, das wollte das? Ey, Leute, guckt mal hier. Ja. Juhu- Juhu- Juhu-